24. September 2010. Die Welt des Vertriebs wird sich neu verknüpfen. Seien Sie dabei! Bei Wir sind Umsatz, dem ersten 24-Stunden-Webinar für den Vertrieb. 24. September 2010, 0 bis 24 Uhr. 24-Stunden-Programm mit 20 renommierten Top-Speakern und exzellenten Fachreferenten. 24 Stunden interessante Vorträge, Wissen aus der Praxis, durchschlagende Strategien und die besten Tipps für Führung und Vertrieb. Chatten Sie mit den Experten, nehmen Sie teil an etwas ganz Besonderem. Viele renommierte Medienpartner haben sich dem Projekt angeschlossen und liefern Ihnen zusätzlichen Nutzen. Wir sind Umsatz, ist ein Charity-Projekt zugunsten der Stiftung Innocence in Danger unter der Präsidentschaft von Stefanie Freifrau zu Guttenberg. 24. September 2010. Das 24-Stunden-Vertriebswebinar. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! 5. September 2011. 12. September 2019. 16. September 2020. Stahl Heitling rifüss. Leitungsz hasen, was in shock und effectiert, wurde durchsourced! Vielen Dank.